Was sind eigentlich die wichtigsten praktischen Unterschiede zwischen Ölfarben und Acrylfarben? Acrylfarben kannst du mit Wasser vermischen und dadurch ganz einfach starten. Außerdem trocknen sie sehr schnell. Ölfarben hingegen musst du mit Lösungsmitteln und Öl vermischen. Dadurch wird das Ganze natürlich etwas komplizierter für Anfänger. Der große Vorteil bei den Ölfarben ist aber die lange Trocknungszeit. Ja, die lange Trocknungszeit. Dadurch kannst du deine Farben sehr lange anmischen. Du kannst deine Farben sehr lange auf der Leinwand bearbeiten und kannst Fehler ganz einfach ausbessern. Deshalb finde ich sogar, dass für Anfänger Ölfarben besser geeignet sind.